Moin Leute, mein Name ist Andi und willkommen zu einem neuen Video. Auf Instagram hatte ich die Umfrage gestellt, ob ihr ein kleines Video von der Pre-Opening Party von Subway sehen wollt. Ihr habt auf Ja gestimmt, sonst würde ich jetzt hier nicht stehen. Und wenn du das nächste Mal abstimmen möchtest, folgt mir gerne auf Instagram, dann kannst du das nächste Mal mit abstimmen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem kleinen Video und dem kleinen Einblick. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen und ich hoffe, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dahin, ciao. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.